hi freunde und willkommen zu einem weiteren call of duty black ops 4 video hier auf meinem kanal und zwar diesmal mit dem nächsten klassenguide auch eine variante die ich ziemlich op finde weil die ziemlich wie es ausgerüstet ist und zwar geht sie um die titen wir spielen das ganze mit doppelsoom vollmantelgeschoss magazinerweiterung google sichere weste leichtgewicht totenstille und geist und da kommen wir auch schon zum punkt totenstille die können euch mit diesem akustik sensor nicht nicht mehr hören also ihr seid geräuschlos und geist ihr seid unsichtbar auf der karte und auch denke ich mal für die abschussserien das ist übelst mies einmal die variante und dann haben wir warte wo habe ich die denn hier auch einmal die titen da spielen wir das ganze mit vollmantelgeschoss eins und zwei dazu die magazinerweiterung leichtgewicht geist totenstille die beiden varianten probieren wir jetzt mal in der runde team der swatch aus und ich sage euch das ist der hammer oder fach nein nicht die klasse wir probieren die erste aus so hier repräsentiert die firma macht uns stolz ja sicher was ein sieg So komm, die haben hier noch kein einziges Kill, das kann doch nicht sein. So, den haben wir. Ja, sicher. Als ob. Egal. Weiter geht es hier im Programm. Das wäre ein schöner Weitschuss für mich gewesen. Wir nehmen mal Spezial-Munition. Jaaaa. Den haben wir. Sooo, nein. Fuck, ich muss nachladen. Den haben wir auch. Ihr fragt euch jetzt, wieso hat der Doppel-XP? Ja. Ganz einfache Sache. Monster Energy trinken. Da gibt es dann eine halbe Stunde Doppel-XP. Ziemlich nice ist. Den haben wir auch gleich zahnungsfrei. Sehr schön. Aber drauf gehen wollte ich eigentlich nicht. Und hopp, hopp, Rinnenkopp. Das ist jetzt so ein Standardspruch. Wenn ich Kopfschüsse verteile. Hopp, hopp, Rinnenkopp. Da kamen jetzt alle von dort, oder was? Heftige Pflicht. Den haben wir auch. Hopp, hopp. Ne, doch nicht hopp, hopp. Ich dachte. Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich schon nicht so gut drauf. Ah, so ein Pisser. Wie er da rum kehrt. Ey, Mann. Dieser Pisser. Da hinten. Ja, voller. Ey, Mann. Dieser scheiß Camper da hinten. Wieder so eine Missgeburt, die das Spiel nicht kann. Kriegsmaschine bereit. Ja, sicher. Digga. Feindliche Drohne kreist. Ich lasse wählen. Die zweite. So, danke. Jetzt sind wir hier mit der zweiten Variante unterwegs. Hier kriegt er die Typen auch schneller down, also die Gesundheit schneller runter. Der Taktikeinstiegsmarker zerstört. Wir verlieren den Kampf. Feindlicher Kampfhubschrauber nähert sich. Ey, ja, sicher. Da gibt das Ding noch. Unser Konto. So Clustergranate. Den haben wir auch. Wir haben die Kontrolle verloren. Ha! Hat er sich so gedacht? Naja, ich hoffe, ihr könnt mit den Varianten was anfangen. Probiert sie einfach mal aus. Ich finde die Kombi so richtig nice. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wird mich über euer Support freuen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Mich kostenlos abonniert, die Glocke aktiviert und so kein BO4-Content mehr verpasst. An der Stelle bin ich raus und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Ciao! Ciao!